Geh gleich weiter, Hauptmann. Geh gleich weiter. Geh einschlafen, Hauptmann. Geh gleich weiter. Wo ist der AKL? Was ist hier los? General, Unteroffizier Rohleder. Rehabilitiert EK1. Geben Sie mir die MP. Wir geben sie schon her. Ich bin ein Deserteur. Reden Sie keinen Unsinn, man stellen Sie auf. Wo ist die AKL? Kommen Sie weg. Meine Herren. Die Aufkampflinie ist. Was ist die Aufkampflinie? Die klickert. Die Einschlafen, Hauptmann. Die Aufkampflinie ist hier. Vielen Dank.